Wie schaffst du es, ohne Lampenfieber auf die Bühne zu gehen, deine innere Kraft nach außen zu transportieren, das Publikum zu kennen, dich selber zu kennen, wie schaffst du das? Und da habe ich jetzt jemanden gefunden, der ist der absolute Experte auf diesem Gebiet, Mr. Transformation. Und er wird uns heute erzählen, was alles notwendig ist oder welche Tricks wir anwenden könnten, welches System wir anwenden könnten, um in unsere innere Stärke zu kommen, durch innere Klarheit. Schön, dass du da bist, lieber Dirk Rosum. Hey, danke. Wir waren sehr schön. Ja, Wienstaub vorweg. Dirk habe ich auf dem Greater Festival auf der Bühne gesehen. Das war spektakulär. Schaut es euch bitte an, wenn ihr das Video bekommt, irgendwo auf YouTube oder so. Schaut es euch an. Spektakulär. So, Dirk. Ich bin auch schon gespannt geworden. Ich habe sie auch noch nicht gesehen. Und ehrlicherweise war ich so ein bisschen im Tunnel bei dem Vortrag. Also ich habe nicht so alles mitgekriegt. Ich drücke ja immer auf Play und dann rede ich irgendwie. Also irgendwie hast du nicht nur geredet, sondern das war, das hat er schon sehr Hand und Fuß. So, dann erzähl uns doch mal innere Klarheit. Wie ist denn das da so? Wie kriegen wir dann die Bühne gerockt oder Videos, in Videos zu drehen? Ich fange mal mit dem Gegenbeispiel an. Du hast doch schon mal Menschen erlebt und dir Videos angeschaut oder auf einer Bühne erlebt, wo du irgendwie das Gefühl hattest, da stimmt was nicht. Das wirkt irgendwie nicht authentisch oder nicht glaubwürdig. Also das löst so einen inneren Zweifler automatisch aus, wo du dann schon skeptisch hinschaust. Und wenn du nicht glaubwürdig rüberkommst, gehen die ganzen Botschaften, die du sendest, automatisch durch einen bestimmten Filter beim Zuhörer. Und das ist häufig ein Hinweis darauf, dass die Person, die da spricht, sich irgendwas ausgedacht hat, aber das nicht als innere Klarheit wirklich fühlt. Das heißt, angelernte Sprüche, Sätze, Techniken, die aber nicht tief in deinem Inneren verankert sind, haben immer so eine Mini-Signatur von Unglaubwürdigkeit. Und wir Menschen als soziale Wesen, die auch gelernt haben, solche, ich sag mal in Anführungszeichen, Betrüger oder Scharlatane oder Gaukler zu identifizieren, wir haben da so eine Nase für. Und wenn wir das Gefühl haben, dass der Botschafter nicht glaubwürdig ist, kaufen wir seine Botschaft nicht. Als Schutzstrategie, total nützlich von der Natur gemacht. Und die wesentliche Aufgabe, die wir haben, wenn wir als Botschafter auftreten, ist die Botschaft, dem Inneren total klar zu haben und sie auch zu fühlen. Das ist die Essenz von allem. Alles, das ist die Keimzelle. Von dort aus entsteht alles andere. Und wie kommen wir in diese Klarheit? Also ich stimme in allem zu, ja, wir haben da einen Sensor und der entlarvt ganz schnell, ob jemand authentisch oder nicht authentisch wirkt. Wobei wir das fast jetzt nicht aufmachen wollen mit Authentizität, weil ich ein großer Verfechter von situationsadaptiver Authentizität bin. Und nicht nur, und wenn du auf die Bühne gehst, sollst du bitte situationsadaptiv authentisch sein. Das heißt, du bist da in einer Präsentationsrolle und bist in einem Sendemodus. Und der muss auch so sein, sonst erreichst du dein Publikum ja gar nicht. Genauso vor der Kamera. Du musst ja wissen, was du vermitteln möchtest. Trotzdem ist die Basis von allem innere Klarheit. Weil jemand, der uns was vorspielt, den erkennen wir sofort. Da stimme ich tausend Prozent zu. Aber wie kommen wir denn in die innere Klarheit? Also die Frage ist ja erstmal, was sind deine Kernbotschaften, die du senden möchtest? Ja, egal, ob du jetzt in einem Video bist, also von einer Kamera oder auf einer Bühne oder in einem Verkaufsgespräch. Was sind deine Kernbotschaften? Und zu welchen Kernbotschaften bist du inhaltlich klar, wo du sagst, dort habe ich ein stimmiges Gefühl dazu? Und ihr kennt Verkäufer, wenn die Sachen verkaufen, wo sie selber aber gar nicht hinter dem Produkt stehen, merkst du sofort. Und du kennst aber auch Superhero-Experten, die dir irgendeine Lebensweisheit um die Ohren schnallen wollen, wo du spürst, hat der noch nie selber gemacht. Oder diese Trainer, die dir alle erzählen, wie geil die Feedback-Technik sind, aber im eigenen Team den Quatsch gar nicht anwenden. Das riechst du und spürst du. Und deswegen ist die Frage, was sind meine Kernbotschaften und hinter welcher dieser Botschaften stehe ich zu 100% und bei welchen noch nicht? Und dann ist die Frage, in sich selber hineinzuschauen, in das innere Team, wer von meinen inneren Spielern ist von dieser Botschaft noch nicht überzeugt? Was meinst du mit Spielern? Innere Spieler nenne ich, ich habe einen Kartenspieler entwickelt, das nennt sich Teamplay und innere Spieler sind 21 Persönlichkeitsanteile. Und wenn du jetzt zum Beispiel auf die Bühne gehst und du sagst, mein Mentor möchte diese Botschaft senden, aber dein Zweifler ist nicht überzeugt davon, dass diese Botschaft auch tatsächlich für diese Zielgruppe funktioniert. Das sind zum Beispiel Karten. Mentor und Zweifler sind zum Beispiel Karten. Das sind zwei Karten, ja, das kann man jetzt im Podcast nicht gut zeigen. Das ist ein Kartenspiel, was ich... Ja, aber es ist auch auf Video. Zeig mal hier, dann, ihr Lieben, die ihr Wirken, wie du willst, Podcast anschaut, dann schaut euch das YouTube-Video bitte an und natürlich Kanal abonnieren. So, Dirk hat es gerade in die Hand eingehalten, ja, das sind so kleine Karten. Ich habe die übrigens... So kommentiert mal Podcast-Zuhörer zu YouTube-Abonnenten, das haben wir jetzt auch verstanden. Ja, du hast sie natürlich auch. So, und das Spannende ist jetzt, jedes Wort, was du sagst, sendet einer dieser Spieler. Mal ist das der Clown, mal der Realist, mal der Mentor, mal der Verbinder, mal der Liebende, mal der Umsetzer. Immer... Also jedes Wort gehört einem dieser inneren Spieler. Und das Spannende ist jetzt, bei deinen Zuhörern hört immer einer dieser Spieler zu. Und das ist wie so ein... Also wenn du jetzt Lebensweisheiten zum Beispiel teilen möchtest, dann hört bei deinem Zuhörer der Selbstentwickler zu. Wahrscheinlich aber auch der Schöpfer, der daraus neue Ideen entwickelt, was er für sich da wie tun kann. Es kann aber auch sein, dass dann der Realist nochmal dazwischen funkt und sagt, wann sollen wir denn das noch machen? Oder der Planer, der sich schon überlegt, nächste Woche Montag wäre da eine gute Möglichkeit. Und das ist so ein inneres Gedankenspiel, so ein Ping-Pong, was da stattfindet, wie so ein Ballpass im inneren Team, wo dann der Ball von dem einen zum anderen geschossen wird und diese Gedanken dann in den Zuhörern fließen. Und richtig klar, deswegen innere Klarheit, bist du, wenn du weißt, ich habe diese Botschaft und ich möchte die von diesem Spieler senden, zum Beispiel der Mentor, und ich möchte bei den Zuhörern den Selbstentwickler damit erreichen. Das ist spannend, oder? Wenn wir wissen, mit welchem Spieler senden wir, um welchen Spieler beim Zuhörer zu erreichen. Und da ist es dann völlige Klarheit, welche Persönlichkeitsanteile hier miteinander in Interaktion sind. Ja, jetzt wird es richtig spannend, weil ich unterscheide jetzt nochmal zwischen, wenn ich auf die Bühne gehe, dann, du redest ja immer von den größeren Anteilen, zum Beispiel, wenn der Zweifler gerade groß ist, in dem der gerade ein blaues Hemd anhat da, der sitzt vor mir und der Zweifler ist groß und der sagt dann, hm, ich weiß nicht, ob ich das so umsetzen kann oder stimmt das denn alles? Und dann schießt wieder was anderes, das ist so die Grundtypen, die dann da bei denen was Größeres dabei ist, zum Beispiel der Zweifler ist groß oder der Schöpfer ist groß und so weiter. Ich weiß natürlich nicht, wen ich da im Publikum sitzen habe. Deswegen sagst du, ich soll mit meiner ganzen inneren Klarheit, was ich bin und was ich senden will, auch das Publikum mit einbeziehen. Das heißt, auch dem Publikum verschiedene, die verschiedenen Karten, die verschiedenen Spieler des Publikums bedienen. So, und jetzt kommt was, was mir als Schauspielerin öfter mal vorgeworfen wird, im privaten Bereich, bin ja 30 Jahre vor der Kamera gewesen, da wird mir nicht vorgeworfen, aber habe ich neulich gehört, ja, du, kannst du überhaupt du sein? Und ich so, ich bin immer ich, ich bin nur in der Lage und ich habe den Mut, all das rauszulassen, was gerade da ist, Impulsen nachzugeben. Nachzugeben. So, das siehst du auch in meinen Videos, wenn ich dann irgendwas erzähle über Körpersprache, ja, ich weiß, das ist, weißt du, dann wechsle ich plötzlich die Emotionen und lasse das raus. Habe ich das jetzt wirklich gesagt? So, dieses schnelle Wechseln und ich könnte mir vorstellen, dass das im Publikum die verschiedenen Spieler alle ganz schnell hintereinander anschubst, so den, der Informationen möchte, der, der unterhalten werden möchte, der, der ein bisschen was Weicheres, der Liebe braucht und so weiter. Und das wechsle ich in den Videos relativ schnell ab, weil ich allem nachgebe, was ich dann da mache. Und das wird mir aber dann als unauthentisch vorgeworfen. Das ist aber nicht so. Ich bin einfach in der Lage, das schnell zu wechseln. Du schaust so aufmerksam zu, weil wenn ich so rede, das tut mir gut. Aber jetzt ist es eigentlich deine Bühne, Dirk. Ja, bei dir weiß man einfach, du bist handwerklich so gut im Schauspiel, dass man die Unterscheidung nicht mehr herausfindet. Ich würde aber behaupten, die meisten Menschen, die jetzt von der Kamera auf die Bühne gehen, sind einfach in dem Handwerk des Schauspiels nicht so talentiert wie du. Deswegen würde ich das jetzt auch nicht als allererste Rezeptur anwenden, sondern authentische innere Klarheit ist viel einfacher. als das handwerkliche Lernen des Schauspiels aus meiner Sicht. Ich bin doch authentisch. Ich bin so, wie ich bin. Ich bin auch zu Hause so. Du kennst mich. Ich bin so, wie ich bin. Du würdest doch nie zu mir sagen, du Schauspieler ist. Ich lüge doch nicht. Ich bin so durchgeknallt. Okay, aber wir nehmen jetzt mich nicht als Maßstab hier. Aber die meisten kennen die Schalter eben nicht privat. Und deswegen können sie es nicht einschätzen. Weil du einfach so talentiert bist. Man merkt den Unterschied nicht. Das ist aber kein Handwerk, das ich anwende. Das ist einfach nur, ich schalte den Schalter um von, ich muss abliefern, auf, ist mir doch egal. Also Lust am Scheitern. Komm, ich lasse es jetzt raus. Warte mal, aber jetzt nochmal zurück zum... Geh nochmal zu den Zuhörern. Also wer sitzt da? Ja, genau. Wie komme ich zu meiner inneren Klarheit mit all diesen Spielern, die du da in den 21 Karten hast? Ich mache nochmal eben, im Publikum sitzt der Zweifler. Das wollte ich nochmal eben aufnehmen. Okay, ja, das ist gut, ja. Das ist eine Vorlage. Also am Ende wollen alle Menschen nur gesehen werden. Und zwar der Anteil, der gerade der Kapitän ist. Also habe ich in meinem Vortrag zum Beispiel, habe ich eingebaut in eine... Hey, wer findet Handhebespielchen alle doof? Und dann gehen die Hände hoch. Und das waren die Rebellen. Und die Rebellen haben sich gefreut, dass sie sich mal als Rebellen zeigen konnten. Das heißt, ich wusste, im Publikum sitzen Rebellen, weil sonst geht man nicht zu einem Greater Festival, weil da gibt es immer einen Anteil Rebellen. Also die, die nach großem Sinn suchen. So, und die habe ich integriert. Und wenn du da weißt, in deinem Publikum sitzen zum Beispiel Zweifler, weil du Ingenieure oder ich sage mal sehr, ich sage mal tiefdenkende Menschen da sitzen hast, dann kannst du auch Folgendes machen. Du kannst die Zweifler einladen und sagen, ja, ich weiß, für einige von euch hört sich das jetzt viel zu einfach an. Und den Zweifel kann ich komplett nachvollziehen. Der ist trotzdem ein Urteil vor der Erfahrung. Und deswegen ist die Einladung an alle die, die jetzt gerade einen Zweifel haben, mal eine echte Erfahrung zu machen. Cool. Und dadurch, dass du den Zweifler integriert hast, also du hast ihn sichtbar gemacht, du hast Verständnis gezeigt, dass der gerade einen legitimen Zweifel hat, und hast ihn trotzdem eingeladen, mal einen Schritt zurück zu gehen und nicht vor der Erfahrung ein Urteil zu treffen. Super. So eine Art Einbahnverwegnahme auf die Persönlichkeitsanteile bezogen, oder? Das ist ja viel besser, wenn du die adressierst und schon legitimierst, als wenn dir jemand in die Parade fährt, den du nicht kommen siehst. Weil wenn danach dann sich ein Zweifler meldet, kannst du sagen, ach, guck mal, da ist der berechtigte Zweifel, den haben wir ja vorhin schon mal kurz erwähnt. Und das ist super. Ich verstehe das auch total. Mir ging es ja am Anfang auch so. Also spielst du deinen Verbinder aus und sagst, ich war mal einer von dir. Ich saß auch mal da unten und habe quasi gezweifelt. Und total klug. Also der Zweifler wird gesehen und der wird nicht blockiert und unterdrückt oder versucht wegzuargumentieren oder zu übergehen oder der bringt dich aus der Bahn. Sondern du hast den einfach klug integriert. Und das ist bei allen Dingen der Fall, wenn du Widerstände spürst jetzt beim Publikum und du kannst die schon antizipieren oder bei dir selbst, dann ist Integration die Aufgabe und nicht Blockade. Weil alles, was du wegdrückst, erzeugt Gegendruck. Und Gegendruck fliegt dir halt irgendwann um die Ohren. Und jetzt kommen wir darüber zur inneren Klarheit. Also wenn du dein Thema hast, deine Kernbotschaften, dann ist die Frage, welche von meinen 21 Spielern möchte ich denn auf die Bühne schicken? Wer ist dort gefragt? Wer macht für mich den Vortrag? Und wenn du dann deine fünf Spieler hast, dann ist die wesentliche Frage, wenn du deine fünf Kernbotschaften oder drei eben klar im Kopf hast, wer von den fünfen fühlt sich jetzt so richtig, 100% klar und souverän mit dieser Botschaft? Und dann gehst du die einzeln durch und dann wirst du den einen oder die zwei finden, die sagen, habe ich noch nicht. Da müssen wir nochmal ran. Und dann stellst du die Frage, was fehlt dir, damit du auf der Bühne abliefern kannst? Und dann werden diese zwei Spieler antworten. Ja. Und wenn, Königsklasse ist ja dann, wenn man sich während des Vortrags, wenn man merkt, oh, das Publikum ist ja ganz anders drauf, wenn man sich während des Vortrags ja transformieren kann und sagen, okay, die brauchen jetzt nicht das von mir, die brauchen das von mir. Was heute Morgen, ich habe heute Morgen Vortrag gehalten, habe dann währenddessen gemerkt, oh, das sind, da sind aber viele spirituelle Menschen drin, die Liebe, Verbindung, Schöpfen, alles solche, da waren die Spieler, haben laut geschrien bei den Fragen, die dann kamen. Nicht die Leute haben laut geschrien, sondern man hat das gespürt und dann habe ich das umgeschaltet und das funktioniert. Das funktionierte. Ich habe mit Hilfe dieser Karten, habe ich das umgeschaltet, habe gesagt, okay, warte mal, meine, die vielen Spieler, die hier auf den Schultern sitzen und sagen, die brauchen jetzt was anderes als knallhartes Business, Verhandlungs, Verkaufs, Körpersprache, Dings, Zeugs. Also das war echt spannend. Das ist ein super Ding hier, das Teamplay. Kann ich nur jedem ans Herz legen. Danke, Yvonne. Das ist das, was dann irgendwann entsteht, Yvonne, wenn du das ein paar Mal geübt hast und vor allem andere Menschen im Gespräch belauerscht oder die Mimik, die du auch anschaust und so weiter. Du spürst dann sofort, wer spricht dort. Also wir haben das ja zum Beispiel auch im Verkaufsgespräch im Einsatz. Da ist zum Beispiel die Aufgabe von Vertrieblern, die das erlernen, dieses System, im Nachgang des Gesprächs die Frage zu klären, wie hat der Kunde reagiert, mit welchen Spielern. Also sich da drin zu trainieren, zu spüren und lesen zu können, welcher Spieler spricht da gerade. Weil wenn du klar bist und rein, also das ist ja ein Empathieverstärker, mehr ist es ja nicht. Also das ist ein Visualisierungstool und Empathie schneller und einfacher zu erlernen. Und wenn du zuhörst, dann weißt du, welcher Spieler da gerade spricht. Ist der der Zweifler? Ist der der Absicherer? Oder ist das der Rebell? Der Rebell, der sagt, nee, machen wir nicht. Ja, wieso nicht? Das heißt, du hast das Warum nicht geklärt. Also du hast keine Nutzen rübergebracht, weil sonst würde der Rebell nicht direkt auf die Attacke gehen. Vielleicht ist es aber auch der Freiheitssucher, der das Gefühl hat, dass durch deine Lösung oder durch das, was du da anbietest, der eigene Raum eng wird. Dann kann das sein, dass der Freiheitssucher stört. Oder der Realist, der sagt, boah, wir haben schon so viel auf dem Teppich. Wo sollen wir das denn noch machen? Das heißt, selbst schon überfordert mit dem, was bei mir schon alles gerade los ist. Ja, siehste, und den Realist hätte ich jetzt zum Beispiel in den Absicherer gepackt. Also du bist da viel tiefer drin und man muss sich mal darüber klar machen, erstens überhaupt zuzuhören und überhaupt zu schauen, was ist die Welt des Anderen? Was wollte er eigentlich in dem Moment? Und das Zweite ist, diese Karten für sich selber klar zu haben, diese Spieler für sich selber klar zu haben. Es ist wahrscheinlich auch ein bisschen Eigeninterpretationssache, wie man die oder die Karte sieht. Ich habe trotzdem immer ein Problem. Wer ist es denn jetzt eigentlich? Ist es der Realist oder ist es der Absicherer? Und gibst du da Kurse? Kannst du, dass man sich da mal einfach mal ein paar Stunden damit beschäftigt? Den brauche ich nicht nur. Ich habe ein Basisseminar, das ist Mentalkraft, Entscheidungskraft, Umsetzungskraft und dort lernst du in der Tiefe dieses ganze Team kennen. Weil egal, was in deinem Leben gerade noch nicht gut funktioniert, hat das immer auf diese drei Faktoren zurückzuführen. Entweder hast du nicht genügend mentale Power, um das anzugehen, wie zum Beispiel, sich auf die Bühne zu trauen oder klar darin zu werden, was ich da eigentlich senden möchte. Oder du hast die nötigen Entscheidungen noch nicht getroffen, da diesen Weg zu gehen oder bei dir eine vernünftige Ausbildung dazu zu machen. Also immer diese Rumeierei, möchte ich das jetzt oder nicht? Entscheidungskraft. Und das Dritte ist, verdammt nochmal ins Tun zu kommen, weil das ist ja das Thema, wo ich im Wesentlichen herkomme, warum ich auch das Kartenspiel entwickelt habe. Die Menschen haben einfach eine Störung mit Veränderung. Das ist alles immer zu anstrengend, zu komplex, zu schwierig und selten mit Erfolg gekrönt. Und die Fähigkeit zum verlässlichen Umsetzen neuer Verhaltensweisen oder neuer Projekte oder neuer Ziele, das ist das, was die meisten Menschen aus meiner Sicht von ihrem Potenzial fernhält. Und deswegen diese Dreierkombination. Also ist deine Hirse klar genug und hast du genügend mentale Power? Bist du mutig und klar genug, Entscheidungen zu treffen? Und kommst du dann auch verdammt nochmal ins Tun, ohne deine billigen Ausreden immer wieder vorzuschieben und dich selbst zu betrügen? Und das ist der Grund, warum die Menschen in ihrem Selbstvertrauen kollabieren, weil sie sich jeden Tag selber einen in die Tasche lügen. Und das, ihr merkt schon, das ist kein Entspannungsseminat. Ja, wie lange dauert das? Drei Tage. Drei Tage. Drei volle Tage. Drei Tage und danach ist, führst du in der Kern, im Kern ein anderes Leben, weil du dann nur noch in Selbstverantwortung denkst. Also weg von diesen Opa-Spielchen, ja, die Politik ist schuld, mein Chef ist schuld, mein Partner ist schuld, meine Kinder sind schuld, 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 schuld. Das ist ja, bei mir im Leben funktioniert es nicht und ich muss im Außen den Verantwortlichen dafür finden, weil ich im Innen keine andere Antwort habe. Das heißt, die Verantwortung nach außen drücken ist nur ein Hinweis darauf, dass du keine eigene bessere Antwort hast. Du warst, du warst ja auch bei mir, du warst ja auch bei mir in der Masterclass und hast da einen Experten-Talk gehalten. Das war sehr, sehr, sehr spannend. Vielen Dank. Und da komme ich jetzt mal ganz kurz zur Masterclass. Es gibt jetzt die VIP-Masterclass, Leute. Wenn ihr da rein wollt, dann schreibt mir bitte, dann schreibt mir bitte, dann die, die den Podcast hören, die bekommen von mir, aber bitte schreibt Podcast und ich habe die Folge mit dir gehört, schreibt das bitte dazu. Dann schummel ich euch an der Warteliste vorbei, nur für die, die sagen, ich habe den Podcast gehört und ihr kommt direkt rein in die Masterclass, VIP-Masterclass. Das ist aufgezeichnet, was wir da gemacht haben. Ja, ja. Also das war auf jeden Fall eine Monster-Session. Das war richtig gut. Ja, und Dirk hat ja auch schon, hat mich ja auch schon erleben dürfen. Du hast ja auch schon mich, kann man sagen, du hast mich als Coach gehabt. Ja, kann man sagen, die ganzen Videos. In der Masterclass machen wir Auftreten, Auftreten, Auftreten in Videos, Reichweite, auf der Bühne, Lampenfieber loswerden, all das machen wir in der Masterclass. Und natürlich gebe ich auch offene Seminare, die sind aber nur zwei Tage. Ja, weißt du, ich möchte zweimal Abendessen gehen mit den Teilnehmern, das mache ich drei Tage. Oh. Also meldet euch bei Dirk oder mir, meldet euch, ich gebe das mal in die Shownotes hier. Ich möchte noch was sagen, die Kunden. Dass ich vor Kamera und Video auftreten kann, dass ich auf Bühne auftreten kann, ist mein wichtigster Go-To-Market-Schlüssel. Das heißt, Vertrieb und Kunden und die passenden Kunden und die richtigen Kunden kriege ich deshalb, weil ich innerlich klar bin und diese Klarheit auch in die Kamera bringe oder halt auf eine Bühne. Und das ist mein absolut wichtigster Vertriebsbaustein. Könnte ich das nicht? Also ich bin ein ganz schlechter Texter, also jetzt Menschen faszinieren durch Texte, ist nicht meins. aber ich kann klare Botschaften senden und Hilfe für bestimmte Themen und wenn ich das nicht über Videos in die Welt tragen kann, dann bin ich einfach nur hier an meinem Karlsplatz in Düsseldorf und kann hier alle Nachbarstände einmal abklappern von der Wurst bis zum Wein und hoffen, dass die dann irgendwann Kunden werden. Also die, mich und meine Botschaften skalierbar zu kriegen, das war für mich ein Schlüssel zu dem Erfolg, den ich gerade habe und da, ich weiß gar nicht, wie lange das her ist, aber es ist schon sieben, acht Jahre, wo du noch in mir gesessen hast und mir gesagt hast, Boah, Diak, hör auf mit den Händen, stell dich mal gerade, Hilden, wie wäre es mal mit Lächeln, um auch so ernst zu gucken. Ja, das stimmt. So eine Stirnfalte hier, wenn ich konzentriert bin und so, also das, das war schmerzhaft und hilfreich. Danke, danke. Mir hat es Spaß gemacht, für mich war es gar nicht schmerzhaft. Ja, klar. Also ihr Lieben, ich packe euch alles hier, ihr findet das schon, connectet euch mit Dirk über LinkedIn oder über Instagram, könnt euch mit ihm connecten, Teamplay heißt das und bestellt euch gerne erst mal das Kartenset, das ist wirklich erschwinglich und ich mache hier ganz selten Werbung, ich bin aber voll überzeugt von dem Ding und ich habe das immer dabei, es ist so klein, ich habe es immer dabei und ich schaue mir das auf und zu an und ich denke, okay, warum struggelst du gerade und dann schaue ich mal rein, wer struggelt denn hier eigentlich, das ist das eine. Das zweite, entweder ihr setzt, lasst euch auf die Warteliste setzen, da gibt es noch einen Bonus, wenn ihr auf die Warteliste wollt zu dem Masterclass oder ihr sagt, nein, ich finde das so geil, ich möchte sofort rein, dann nennt ihr das Stichwort Podcast und ich hole euch gleich in die VIP Masterclass. Ihr Lieben, und Dirk, wann kommst du eigentlich mal zu mir ins Seminar? Ich habe im Oktober noch zwei Seminare, eins in Bedburg und eins in Hamburg. So sieht es aus. Wird schön. Wir müssen mal, wisst ihr was, Dirk und ich, wir sind ja total gespinnert und wir sagen dann, irgendwann machen wir mal ein Seminar zusammen, weil unsere beiden Kompetenzen, die passen wie Arsch auf einmal. Hat sie das gesagt? Nein, hat sie nicht. Wir passen einfach super zusammen mit dem, was wir machen und da werden wir irgendwann mal ein Seminar gemeinsam anbieten. Da könnt ihr euch jetzt auch schon... Mit zwei Abends essen dann aber. Jawohl. Danke, Dirk. Das war großartig. Das war spektakulär. Vielen, vielen Dank. Ich bin sehr gespannt auf die Resonanz. Achso, Yvonne. Du hast was vergessen. Wir zwei haben zusammen ein Playbook geschrieben, Bühnenängste auflösen. Oh ja, stimmt. Da ist die Kombination aus deinen wesentlichen Inputs, wie man die Bühnenängste auflöst und wie das mit dem Kartenspiel zusammengeht. Das hauen wir auch nochmal in die Show Notes rein, würde ich sagen. Das ist mir gerade aufgefallen. Ja, stimmt. Ja, stimmt. Weiter fest. Jetzt aber. Schaut bitte in die Show Notes oder in die Beschreibung, da seht ihr das alles. Vielen, vielen Dank, lieber Dirk. Ich wünsche dir einen ganz tollen Tag. Ich wünsche euch einen ganz tollen Tag. Kommt ins Tun. Schaut euch das Teamplay mal an. Kommt ins Tun. Und ihr wisst ja, in jeder Situation, in jedem Moment, wirke, wie du willst. Tschüss. Und Klarheit führt. Tschüss. Tschüss.